Das ist die wunderschöne Orgel von hinten, Schukoorgel in Coburg. Man sieht die großen Holz- und Pedalpfeifen, den Motorrauschen. Alles ist wunderschön gepflegt und sauber, wie man sehen kann. Das ganze Innenleben der Orgel. Ich finde das so wichtig, dass eine Orgel auch innen. All diese Teile, die man nicht sieht, dass die gut gepflegt sind, ist ganz entscheidend für eine Orgel natürlich. Vorne sieht man nur die Prospektpfeifen. Die sind meistens natürlich in Ordnung, aber die Orgel existiert vor allem von ihrem Innenleben, dass das da nicht verschimmelt, schmutzig, staubig, nass oder in irgendeiner Form kaputt ist.